Freunde, wir sind gerade auf Griefer Games und gehen heute auf City Build 7. Das ist ja der neue City Build auf Griefer Games, der neu eröffnet wurde. Denn heute machen wir mal ein Troll-Do-Up-Event. Dazu brauchen wir als erstes den Bags. Guten Tag, Bags. Hallöchen! Hi, Bags. Und wir müssen in die Farmwelt. Mit Slash-Warp-Farmwelt kann man ja in die Farmwelt kommen, wenn ihr auf jeden City Build. Und da müssen wir ein bisschen wegfliegen vom Spawn. Vielleicht kennt ihr noch das Video mit Flo, mit den ganzen Wizards. Die haben ja so komische Sachen gemacht. Und ich habe ja gemerkt, dass die Wizard jede Menge Leuchtsteine gedroppt haben. Die auf Griefer Games ja einen Riesenwert haben. Und genau das werden wir heute machen. Wir werden richtig viele Wizards spawnen. Und dann werden wir mal gucken, ob die Spieler vielleicht ein paar Leuchtsteine bekommen. Hier ist ein Dorf. Das wäre vielleicht eine gute... Hast du was gefunden, wo man das gut machen könnte? Ja, irgendwo, wo keine Tiere sind. Ich habe hier eine Wüste. Also in der Wüste würde es vielleicht ganz gut gehen. Ich hole dich einfach mal her, Bags. Ich glaube, hier ist noch ein guter Ort dafür. So. Ja, okay. Okay, jetzt müssen wir erstmal kurz testen, ob das auf Griefer Games überhaupt geht mit den Wizards. Denn ich spawn jetzt mal welche... Hm. Wie viele Wizards soll ich spawnen, Bags? Ähm... 35. 35. Ja, mach mal 40, 40, 40. 40, okay. Ich spawn jetzt erstmal 40 Wizards. 45, 40, 40. Okay, dann spawn ich 45 Wizards. Okay. So. Nicht noch 50 Wizards, Bags? Okay, mach 55, aber das ist auch die Schmerzgrenze. 55, okay. 55 Wizards spawnen, ich mal so. Da sind sie. Okay. Da sind unsere Wizards. Noch sind sie ruhig und friedlich. Ihr müsst nur... Wow. Ihr müsst nur wissen, wenn ein Wizard auf ein normales Monster, wie ein Iron Golem, also ein Eisengolem, stößt, dann geht hier richtig die Party ab. Deswegen würde ich sagen, wir machen hier einfach mal einen Eisengolem hin. Ich spawn hier jetzt einfach mal einen Eisengolem hin. So, zack. Oh, ich kann keinen Iron Golem spawnen. Ah, ne, spawnen Mop heißt das natürlich. Ups. So. Da ist... Pass auf, jetzt gehen die Wizards alle auf die Schuze. Zieht euch das rein. Hier ist es gerade richtig hack, Bags. Schau mal, wie der Eisengolem hochspringt und versucht, die Wizards anzugreifen. Alter. Alter. Guck mal, der Eisengolem, der gibt nicht auf. Also, ich sag's dir, Bags, der gibt nicht auf, der Eisengolem. Der springt auch zur Not hoch und holt sich einen Wizard vom Himmel, sag ich dir. Boah, ist das laut. Ist heftig, oder, Bags? Wie krass das aussieht. Alter. Weißt du, woran mich das erinnert? Woran erinnert sich das? Das sieht am weitem aus wie so ein Beyblade, der so durch die Gegend rollt. Ja, bestimmt ein bisschen. Wie so ein Beyblade. Ja, ja. So. Das machen wir jetzt heute, Freunde. Das machen wir heute. Als allererstes müssen wir dazu aber, ähm, ich glaub, wir müssen das PvP erstmal ausmachen hier in der Welt. Das müssen wir als erstes machen. PvP ist jetzt aus. Brauchen wir noch mehr Wizard für unser Drop Event Bags? Hm, ich würd sagen, du wärst nicht abgewehren, wenn du's nicht mal tun würdest, ne? Wie viel Wizard brauchen wir denn noch? Wir haben jetzt 55. Ich würd sagen, mach nochmal 200. 200, also das, oh Gott. Okay, ich mach 200. Geht das überhaupt? Ja, das geht. Oh, jetzt hab ich nur 50 erzeugt. Dann mach ich... Ja, okay. Dann mach ich jetzt nochmal. Du wolltest ja 255 Wizard haben, ne? Genau. Da musst du noch... Alter, oh mein Gott. Das sind jetzt, äh, 255 Wizard müssten das sein. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Wenn ich jetzt Spieler teleportiere, bin ich mir nicht sicher, ob die Wizard die Spieler angreifen. Ich weiß nicht, was hier gerade passiert. Ich könnte mir vorstellen, dass die Wizard die Spieler wohl angreifen. Oh Gott, Bags. Wollte ich das euch mal fragen, ob die Lust haben? Ja, mach mal TPA All. Habt ihr Lust auf ein Leuchtstein Drop Event? Und... Ich frag mal nach. Aber Achtung. Es ist mit Wizard. So, alle schreiben Ja. Ich weiß nicht, ob das so klug ist. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich jetzt hier einen Spieler... Ich teste das mal mit einem Spieler, ja? Ich hol mal einen einzigen Spieler nur her, okay? Und zwar den hier mit dem komischen Cota. So... Oh Gott. Oh nein. Oh nein. Aber das komische ist, auf meine Sucht war das so, dass die Wizard sich gegenseitig angegriffen haben und sich quasi so gedamaged haben. Das passiert hier gar nicht. Hier ist das Rudel viel stärker und viel ausgreifter, weißt du? Sie sind einfach fixiert. Sie sind einfach fixiert. Das ist so krass. Okay, weißt du was? Ich mach mal jetzt hier eine TPA All. Ich mach's jetzt mal. Oh mein Gott. Wer möchte, kann ja kommen. Jetzt geht's nämlich ums Event. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es geht los, es geht los. Da vorne kommen die Spieler. Die Wizard wissen noch gar nichts davon. Doch, einer weiß schon was davon. Einer weiß schon was davon. Oh mein Gott. Die müssen alle mitkommen. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt geht der Krieg los. Oh mein Gott. Ich hör mal, die Spieler sehen noch gar nicht, wie viele Wizard hier eigentlich noch warten. Was passiert hier gerade? Alter, ich mach nochmal eine TPA All mitten rein in die Wizard. Jetzt geht's los, Bex. Alter. Was passiert hier? Alles klar. Ich weiß noch nicht, wer gewinnen wir, Bex, weil die Spieler haben auch sehr starke Rüstung. Aber es sind halt einfach 255 Wizard. Gewinnen? Meinst du, man kann dagegen gewinnen? Ich glaub, man kann dagegen gewinnen, ja. Sollen wir denen mal ein bisschen helfen? Ja, wie denn? Dann lass uns mal Schadenstränke nehmen. Weil ich geb denen mal Game Mode. Ja, helf mir mal ein bisschen. Wir versuchen mal ein bisschen, gegen die Wizard vorzugehen. Vielleicht kriegen wir da was hin. Ich schmeiß mal einfach Schadenstränke runter. Vielleicht bringt das was. Oh Gott. Oh Gott, das ist so Hackmack. Attacke auf die Wizard. Guck mal, hier ist so ein richtiger Knäuel. Der hat sich schon wieder so ein Beyblade gebildet, Bex. Hier ist so ein richtig heftiges Beyblade. Oh mein Gott. Was passiert hier? Schreibt auch einer. Kommt zum Wizard Drop Event. Zack. Mal nochmal ne TPA. Wer möchte, kann zum Wizard Drop Event kommen. Denn es werden hier ne Menge Neter Sterne noch sicherlich gedroppt werden. Wenn die Wizard im Stern droppen, sie ja Neter Sterne. Und der hat teilweise einen Wert von mehreren hundert Dollar. Weil man daraus ja Beacons craften kann. Warte, ich guck mal. Kann ich überhaupt hier den Schaden machen? Ich weiß gar nicht. Macht das überhaupt Schaden? Ich glaube, es macht den Wizard gar keinen Schaden, Bex. Oh, ich hab auch nur Schwächetränke. Ich habe sowieso... Ich nehm mal richtige Direktschadensstränke. Direktschadens 2 sogar. Die müssten eigentlich richtig damagen. Gucken, ob die Schaden kriegen. Alter, hier sind so viele Trauben jetzt. Oh, die gehen alle auf einen drauf. Die gehen auf einen drauf, Bex. Oh mein Gott. Wow, hier ist wieder Rudelbildung. Jetzt sieht's aus wie so Beyblade, Alter. Alter. Oha. Die ziehen hier richtig rum bei mir und machen sie mit der Sternen die ganze Gegend. Ach, die greifen sogar Endermans an. Und die machen sogar Sandburgen so ein bisschen kaputt. Heftig. Guck dir mal den ganzen Boden an, wie der aussieht. Ist so richtig zerstört. Voll krass. Die ganze Welt hier ist schon richtig kaputt. Aber schau mal hier vorne haben die Spieler schon einiges gemacht. Weil ich nehm ja auch mal so ein Schwert, was du hast, ja? Aber du hast einfach nur ein Diamantschwert. Okay, lass uns mal mit draufschlagen. Vielleicht bringt das was. Einfach mal mit draufschlagen. Boah, das ist so heftig. Aber hier sind einige starke Spieler, bei denen schon einige Wizard gekillt haben müssen. Alter. Ja komm, Becks, lass uns draufhauen. Wir kriegen da, wir kriegen da was. Ja, wir bekommen das hin. Hau mit drauf, hau mit drauf. Wir brauchen mehr Energie. Mehr Energie. Oh, das ist ne Idee. Ich hol Energie, Becks. Ich hol Energie. Bups. Äh, warte, wie kann ich denn... Ich seh' gerade, Becks, Wizard kann man nur mit Heilungstränken Schaden machen. Das heißt, wir müssen ihn mit Heilungstränken abschmeißen. Ganz wichtig, Becks, schmeiß' ihn mit Heilungstränken ab. Oh Gott, hier sind grad richtig viele. Alter, die rasten richtig aus. Ich schmeiß' mit Heilungstränken drauf, Becks, das bringt was. Das bringt was, die kriegen Schaden. Irgendwie bringt das nichts. Doch, Heilung bringt richtig viel. Schmeiß' mal auf die Heilungstränke drauf. Hier ist grad... Die sind grad so am ausrasten, die mögen das gar nicht, dass ich da Heilungstränke draufschmeiße. Wir müssen richtig Heilungstränke drauf, von Becks. Alter, was ist hier nur los? Was? Ich soll noch mal ne TPA schicken? Mach' ich, Freunde, ich schick' noch ne TPA raus. Kommt ruhig vorbei. Oh Gott, die bohren sich in die Erde. Die bohren sich ein Loch in die Erde, Becks. Aber ich kann sie killen, ich kann sie killen. Hier sind schon einige tot. Oha. Oha, hier sind grad so viele Wizard am Sterben. Seht ihr die Wizard-Buff, Freunde? Da seht man nämlich, dass die auch langsam sterben. Oh Gott, die bohren sich ein Loch durch die Wand, Becks. Oh mein Gott. Die machen die ganzen Berge hier kaputt. Die haben sich verteilt, es sind überall welche. Echt, sind jetzt überall Wizard? Ja, ja, es sind Truppen. Alter. Es ist ne richtige Plage gerade, die Wizard. Wir müssen die irgendwie loswerden. Oh mein Gott. Oh ja, einer. Stoxy nimmt es grad mit zwei Wizards auf, aber die rasten komplett aus. Ich helfe ihm mal ein bisschen mit Heilungstränken. Da wurde grad ne Wizard umgebracht. Oha. Es ist so Krieg. Es ist so Krieg. Ihr seht es, jetzt hier überall auf der Karte droppen wir zum Beispiel diese Neter-Sterne wie der hier. Die werden halt auch teilweise weggesprengt wieder, aber die spawnen hier überall, weil die Wizard eben sterben. Desto mehr Wizard sterben, desto mehr davon spawnen eben. Das ist unser Drop-Event. Schon heftig, Alter. Boah, hier ist so Krieg. Hier ist so Krieg. Da vorne sind auch Wizard. Ich bin immer noch am Kämpfen. Aber es werden immer weniger Wizard, die Spieler kriegen es immer besser hin. Die gruppieren sich jetzt auch so ein bisschen, weißt du? Okay, einige Spieler haben schon geschrieben, sie haben jetzt Neter-Sterne bekommen. Andere meinten, nee, sie haben noch gar nichts bekommen. Ich mach mal jetzt noch ein kleines Drop-Event extra weg. Ich setz hier oben mal zwei, oder eine Doppeltruhe hin. So. Und da, ich bin grad hier in der Luft. Und da würde ich sagen, packen wir jetzt mal Neter-Sterne rein. Ups. Die mach ich komplett voll mit Neter-Sterne-Truhen. Machen wir zusätzlich zu den ganzen Wizard noch ein richtiges Drop-Event. Ich werd jetzt nochmal alle Spieler holen. Und natürlich gibt's immer noch eine Menge Wizard, die einen angreifen können. Aber ich mach nochmal eine TPA-All. Und kopier auf jeden Fall eben die Truhe. Und dropp euch nochmal richtig viele Sachen eben raus, die ihr euch quasi holen könntet. Ich kopier das Ganze jetzt mal. Zack, wups. Zack. Ist die Truhe jetzt leer? Warte, ich guck mal. Wieso ist die jetzt leer? Hä? Hast du sie gelehrt? Ich schwöre, da war grad jemand oben. Nein, ich hab sie nicht gelehrt. Ich wetten, hat sich jemand so ein Heck drin oder so. Ach, hat einer es rausgeholt? Ja, so ein Stealer. Der hat's rausgeholt. Nein, sie stehlen das. What? Wie gemein ist das denn? Wir wurden live gescampt? Wir wurden gescampt? Ich weiß leider nicht von wem. Oha. Hä, das hat jemand rausgenommen. Ich hab das doch gesehen. Die ganze Kiste war voll. Und auf einmal ist alles verschwunden. Krass. Das ist mies. Richtig mies von denen. So, ich mach jetzt hier nochmal eine Truhe hin. Und würde sagen, oh geht, da kommt einer. Ich hab ein angeflogen. Ich dropp's mal einfach direkt so. Droppen wir mal was. Wir droppen jetzt noch ein paar mehr Sachen. Einfach hier Stück für Stück dropp ich ein paar Dinges raus mit so Leuchtfeuersachen eben. Die die Spieler jetzt holen können. Auf Citybezieben. So als kleinen Anfang. Freunde. Ist das was mit diesem Video? Wenn wir mehr von sowas machen sollen, gebt einen Daumen nach oben dafür. Ich finde es krass, wie die USA einfach abgehen. Ich werde noch ein paar Truhen jetzt spawnen. Ich denke, ein, zwei kleinere Sachen werden wir noch machen. Ein paar Sachen noch rausdroppen. Habt noch einen schönen Abend. Und wenn ihr dabei wart, gebt einen Daumen nach oben. Wenn ihr Bock auf mehr oder sowas habt, gebt einen Daumen nach oben. Checkt ruhig mal Bags ab. Habt einen schönen Tag. Haut rein. Und tschüss.